Abrupt blieb sie stehen und starrte auf den Mann, der sich vor ihr den Weg durch die Menge bahnte. Er war so groß, dass er die meisten anderen überragte. Und er sah nicht nur aus wie Grayson. Er war es diesmal wirklich. Sein Lächeln nahm ihr ganz kurz den Atem. Ich hatte gehofft, dass ich dich hier treffe. Aha, Lexi schluckte. Ihr Gehirn war wie leergefegt, hatte nur Platz für den Gedanken, dass er jetzt so nah vor ihr stand, dass sie die dunkelgrauen Einsprängsel in seinen blauen Augen sehen konnte. So nah, dass sie sich nur auf Zehenspitzen hätte stellen müssen, um ihn zu küssen. Wir beide müssen noch etwas klären. Er hatte sie ein wenig aus der Menge gezogen und so den Abstand zwischen ihnen noch weiter verkleinert. Seine Lederjacke war jetzt nur noch wenige Zentimeter von Lexis Wange entfernt und der Duft seines Aftershaves hüllte sie ein, machte es ihr noch schwerer zu denken. Ja, das müssen wir. Erschrocken über die Wirkung, die seine Nähe auf sie hatte, wich sie einen Schritt zurück. Wieso hast du die Kosten für meine Autoreparatur übernommen? Weil ich dir angeboten hatte, mich darum zu kümmern. Aber das heißt doch nicht, dass du auch bezahlen musst, schimpfte Lexi. Das ist meine Sache, nicht deine. Wenn es dir so wichtig ist, dann kannst du mir das Geld zurückzahlen. Ich dachte nur, so wäre es einfacher, sagte er. Und Lexi wurde plötzlich klar, dass das wirklich der Grund war. Für ihn ist das vermutlich eine Lappalie, dachte Lexi, und kam sich plötzlich sehr dumm vor, weil sie so viel in diese Geste hineininterpretiert hatte. Ja, das würde ich gerne, stotterte sie. Okay. Und was uns beide angeht, würde ich auch gerne noch etwas klarstellen. Ich dachte, du triffst dich mit Janice, wollte Lexi ablenken und schaffte es nicht, die Schärfe aus ihrem Tonfall zu nehmen. Er stieß die Luft aus. Als du mir gestern von ihrem Verhalten dir gegenüber erzählt hast, bin ich misstrauisch geworden. Deshalb habe ich mich heute Mittag mit ihr getroffen. Ich dachte, es wäre gut, wenn ich nochmal klarstelle, dass wir nie richtig zusammen waren und dass ich an einer festen Beziehung kein Interesse habe. Ich bin nicht der Typ für so etwas. Lexi musste sich zwingen, seinem Blick standzuhalten. Wie meinst du das, dass du nicht richtig mit ihr zusammen warst? Genauso wie ich es gesagt habe. Janice und ich waren nie ein Paar. Verwirrt starrte Lexi ihn an. Aber Mary Ward sagt, Herrgott, Lexi, sie ist eine der schlimmsten Tatstanden in ganz Donegal, unterbrach Grayson sie. Die wissen doch alle nicht, was damals wirklich passiert ist. Fakt ist, dass ich keine Beziehung mit ihr geführt habe. Wir hatten mal etwas, ganz kurz. Für mich war das nichts Ernstes. Aber für Janice stand fest, dass ich ihre große Liebe bin. Sie hat überall herum erzählt, dass sie jetzt mit mir zusammen wäre. Richtig gehend gestalkt hat sie mich danach. Tauchte überall auf, wo ich war, bis ich ihr gesagt habe, dass sie mich in Ruhe lassen soll. Daraufhin hatte sie einen schlimmen Zusammenbruch. Er seufzte. Ich dachte, es wäre gut, wenn ich mich von ihr zurückziehe. Aber Aileen meinte, damit würde ich Janice' Zustand verschlimmern. Sie wollte sich um einen Therapieplatz kümmern, aber das war nicht so einfach. Und sie hatte Angst, dass Janice in der Zwischenzeit völlig durchdrehen könnte. Deshalb wollte sie, dass ich für eine Weile die Rolle von Janice' Freund spiele. Sie wollte, dass du so tust, als wärst du mit Janice zusammen? Fragte Lexi. Er nickte. Ich fand es falsch und wollte erst nicht. Aber Aileen hat mich angefleht, es zu tun. Ich habe sie danach nie wieder so aufgewühlt erlebt. Es war richtig erschreckend. Und ich hatte Angst, dass sie vielleicht auch noch zusammenbricht. Deshalb bin ich auf ihre Bitte eingegangen. Und warum hast du das später nie richtiggestellt? Er zuckte mit den Schultern. Ich bin ja ohnehin weggegangen. Deshalb spielt es keine Rolle. Aber die Leute haben dadurch doch ein völlig falsches Bild von dir. Sie sagen, du warst herzlos und gemein. Er hob einen Mundwinkel zu einem schiefen Lächeln. Das findest du doch auch. Lexi hielt seinen Blick fest und hatte zum ersten Mal das Gefühl, hinter die Fassade zu blicken, die er um sich herum aufgerichtet hatte. Nein, er ist nicht herzlos, dachte sie. Im Gegenteil. Es brauchte viel Herz, solche Beschimpfungen auszuhalten, um jemand anderen damit zu schützen. Andererseits wollte er offenbar keine Beziehung. Ich bin nicht der Typ für so etwas. Hatte er das nur wegen Janice gesagt? Oder war es eine Warnung an sie? Grayson wollte fortfahren, doch Lexi hob nervös die Hand. Ich kann jetzt nicht. Ich muss zu Betty. Sie wartet auf mich. Hastig drehte sie sich um und wollte gehen, hielt jedoch noch einmal inne. Ach ja, und Andrew hat sich gemeldet. Er ist auf dem Weg nach Dubai und ruft mich an, sobald er dort ist. Dann kläre ich das mit dem Vertrag. Okay. Er wirkte nicht begeistert. Ich begleite dich noch zu deiner Freundin. Seine Miene war sehr entschlossen, deshalb protestierte sie nicht. Gemeinsam ging sie zurück zur Bühne und er bahnte ihr den Weg durch die Menge. Suchend sah Lexi sich nach Betty um, während die Band auf der Bühne die letzten Akkorde eines Songs spielte, den sie gut kannte und der sie lächeln ließ. Das ist mein Lieblingslied von den Badgers. Was sagst du? Grayson beugte sich zu ihr herunter und Lexi wurde bewusst, dass die Musik ihre Worte übertönt hatte. Sie stellte sich auf Zehenspitzen und wollte ihren Satz wiederholen. Doch dann zuckte sie heftig zusammen, als es hinter ihr plötzlich laut knallte. Mit wildklopfendem Herzen krallte sie sich an Graysons Jacke fest und suchte Schutz bei ihm, spürte, wie er die Arme um sie schloss, während weiter lautes Knallen und jetzt auch ein schrilles Pfeifen zu hören war. Es ist ein Feuerwerk, Lexi, sagte Grayson dicht an ihrem Ohr. Nur ein Feuerwerk. Taghaft hob sie den Kopf und sah, dass jetzt mehrere bunte Feuerwerksblumen den Himmel über der Bühne erhellten. Immer neue Raketen stiegen auf und markierten damit offenbar das Ende des Konzerts. Um Lexi und Grayson herum blickten alle nach oben, während das Feuerwerk immer kühnere Bilder in die Nacht malte. Grayson ließ Lexi nicht los und sie war ihm dankbar dafür. An ihn gelehnt ließ sie die Eindrücke auf sich wirken, nahm die strahlenden Gesichter der anderen Besucher wahr, auf deren Wangen sich die bunten Lichter spiegelten und spürte, wie sie sich entspannte und langsam von der Begeisterung anstecken ließ. Hier, im Dunkeln, war es nicht schlimm, dass sie es noch nicht schaffte, Grayson wieder loszulassen. Und er schien es auch nicht eilig zu haben, sich von ihr zu trennen, zog sie stattdessen sogar noch dichter an sich. Schön, oder? Seine Stimme klang rau an ihrem Ohr und schickte einen sehnsuchtsvollen Schauer über ihren Rücken. Sie nickte und hob den Kopf, sah zu ihm auf. Das Feuerwerk spiegelte sich in seinen Augen und die Explosionen schienen sich in ihrem Innern fortzusetzen. Ihre Gefühle stiegen auf wie die Raketen, die über ihn zerbarsten und mit jedem bunten Farbregen, der die Dunkelheit erleuchtete, wurde die Sehnsucht in ihr größer. Sie wollte Grayson berühren und küssen und in seinen Augen brannte das gleiche Verlangen. Deshalb schlang sie die Arme um seinen Hals und kam ihm entgegen. Ihre Lippen fanden sich und sofort schwand jeder Zweifel in ihr. Sie versank in seinem Kuss und vergaß alles um sich herum, nahm den Applaus kaum wahr, der um sie herum aufbrandete, als das Feuerwerk vorbei war und hörte auch so gut wie nichts von den Zugaben, die die Band noch spielte. Wichtig waren nur Grayson und seine Lippen und Hände, die fordernder wurden und das Feuer in ihr immer weiter entfachten. Sie wollte ihn, vergrub die Hände in seinem Haar und stöhnte frustriert auf, als er ihre Lippen schließlich wieder freigab. Und da war er in der Hand. Und da war es so gross und